Kann man den Raspberry Pi 5 als Desktop-Computer im Alltag verwenden? Das habe ich beim Vorgänger Raspberry Pi 4 schon mal ausprobiert. In diesem Video schauen wir uns das beim Nachfolger Raspberry Pi 5 an. Fangen wir beim Aufbau meiner Testumgebung an. Da hat sich ja beim Raspberry Pi 5 einiges getan. Zum einen ist die Abwärme ein immer größeres Problem geworden, deswegen gibt es einen offiziellen Kühler mit Lüfter. Den habe ich hier auch eingesetzt, damit es zu keiner Drösselung kommt. Erstmals kann der Raspberry Pi 5 dank der PC-Express-Schnittstelle auch M.2-SSDs relativ schnell ansteuern. Doch dafür ist ein Head als Zubehör notwendig. Das habe ich schon mal in meinem eigenen Beitrag gezeigt. Ich möchte mich hier möglichst nahe an der Standardkonfiguration bewegen und habe daher eine schnelle Speicherkarte genutzt, aber eben keine SSD. Als Betriebssystem verwende ich das offizielle, stabile Raspberry Pi OS 12 Bookworm. Das kommt per Kabelverbindung ins Netzwerk, um mögliche Störquellen beim WLAN auszuschließen. Beim ersten Start fällt gleich eine ungewohnte, aber bequeme Neuerung auf, denn der Raspberry Pi 5 hat erstmals einen physischen Schalter, um ihn einzuschalten. Wer nur x86-PCs kennt, mag das für einen schlechten Scherz halten. Schließlich hat seit Jahrzehnten jeder Computer einen Einschalter. Aber hier ist es anders. Der Raspberry Pi hat traditionell automatisch gestartet, wenn er mit der Stromzufuhr verbunden wurde. Allerdings ist der Schalter nach dem Netzteil, sodass das Netzteil immer mit Strom versorgt sein muss, damit der Schalter funktioniert. Drückt man den kleinweißen Taster, dann dauert es ca. 26 Sekunden, bis der Desktop des Raspberry Pi OS erscheint und vollständig geladen ist. Das schaffen einige x86-PCs schneller, da man den Computer normalerweise nicht ständig neu startet, dürfte das für viele verschmerzbar sein. Ab Werk meldet das Raspberry Pi OS den vorkonfigurierten Nutzer automatisch ohne Kennworteingabe an. Das ist bequem, vor allem für Einsteiger und zum Testen, aber bei einem privaten PC mit den eigenen Daten, da möchte man das wahrscheinlich lieber nicht haben. In den Einstellungen der Raspberry Pi OS-Konfiguration lässt es sich mit einer Option umstellen. Zu den grundlegendsten und wichtigsten Aufgaben eines Computers gehört das Surfen im Web, daher ist der Webbrowser die wohl mit Abstand wichtigste Anwendung. Seit dem Raspberry Pi OS 12 ist die offizielle Unterstützung nicht mehr nur auf Chromium beschränkt, sondern man kann endlich auch Firefox verwenden, den letzten freien, plattformübergreifend nutzbaren Browser. Da Chromium und auch Chrome einige Nachteile und Probleme mit sich bringen, das habe ich in meinem eigenen Beitrag ausführlicher gezeigt, nutze ich den Firefox. Schlankere Webseiten baut er auf dem Raspberry Pi 5 ohne spürbare Verzögerungen auf. Das belastet den Prozessor auch nicht übermäßig, sodass der noch genügend Leistung für andere Dinge hat. Bei den inzwischen typisch überladenen Webseiten, da sieht es schon ein gutes Stück schlechter aus, da hat man schnell eine doppelt so hohe Prozessorauslastung, teilweise sogar noch mehr. Besonders beim ersten Aufrufen merkt man, dass das Laden hier ein gutes Stück länger braucht, so mal die eine oder andere Sekunde im Vergleich zum vollwertigen Desktop-PC. Dennoch hat sich das im Vergleich zum Vorgängermodell deutlich gebessert, da war das Surfen ziemlich unangenehm zäh. Hier sei noch erwähnt, dass das nur so relativ gut funktioniert, weil ich hier mit dem U-Block Origin Werbeblocker surfe. Die auf vielen Seiten geladene externe Werbung, die ist leider meistens ziemlich ineffizient, vor allem wenn sie noch Multimedia-Inhalte wie Videos einbettet. Spätestens das bringt den Prozessor von MySpoypal 5 zeitweise an seine Grenzen, wenn der hier auf allen Kern teilweise zu 80-90% ausgelastet ist. Als Folge davon spürt man beim Surfen öfter Ruckler. Das Aufrufen von YouTube wirkt anfangs etwas zäher, doch das Starten der Wiedergabe, das geht überraschend flott, ohne große Wartezeiten beginnt das sofort. Da hatten wir bei MySpoypal 4 vor allem anfangs einige Sekunden, die man hier warten musste, bis der Wiedergabe-Player den Puffer gefüllt hat. Ähnlich sieht das beim Spulen aus, egal ob das innerhalb vom Puffer ist oder darüber hinaus, das läuft fast in Echtzeit, da merke ich keine spürbaren Unterschiede zu meinem Desktop-PC. An der Auslastung sieht man, dass der Prozessor vom Raspberry Pi 5 viel besser damit klarkommt. Der bewegt sich jetzt selbst mit Full HD im Bereich von etwa 13-30% Auslastung. Zum Vergleich, das Vorgängermodell lag hier bei so 60-80%. Hier haben wir also noch Luft, um zum Beispiel nebenher zu surfen oder andere Programme zu verwenden. Auch das habe ich mit verschiedener Software ausprobiert. Zum Beispiel habe ich das Bildbearbeitungsprogramm GIMP installiert, um dann meine Vorschaubilder zu eröffnen, die ich hier für die Videos auf YouTube und die Beiträge im Portal mir erstelle. Das startet einen kleinen Tick langsamer als auf dem Desktop, aber vernachlässigbar, zumal die Bedienung durchaus flüssig ist. Damit kann man arbeiten, nur beim Speichern merkt man, dass der hier einen Ticken länger braucht. Das dürfte an der Speicherkarte liegen. Der Texteditor Vizor Studio Code, der mittlerweile schon eine halbe Entwicklungsumgebung darstellt und nicht mal ganz so schlank ist wie früher, der braucht auch einen Moment zum Starten, lässt sich danach aber flüssig bedienen. Also hier kann man etwas programmieren oder Konfigurationsdateien anpassen. Das ist ohne hier störende Wartezeiten möglich. Generell hat sich so ein Muster herausgestellt. Die meisten Programme benötigen beim ersten Start ein gutes Stück länger, doch sobald sie geöffnet sind, ist die Verzögerung überschaubar bzw. teils gar nicht mehr vorhanden. Beim Arbeitsspeicher sollte man gründlich überlegen, was man vorhat. Es gibt ja seit August 2024 nochmal eine kleinere Variante vom Raspberry Pi 5, die auch vom Prozessor her ein bisschen optimiert wird, dass sie günstiger angeboten werden kann mit nur 2 GB an Arbeitsspeicher. Unter GNU-Linux kann man damit durchaus eine grafische Oberfläche mit entsprechender Software verwenden, zum Beispiel einen Browser mit einigen Tabs, das funktioniert, hat aber auch seine Grenzen, gerade bei den überfrachteten Webseiten. Die brauchen Ressourcen. Man sieht das hier mit 10 geöffneten Reitern. Wenn da noch weitere Programme laufen sollen, dann sollte man schon mindestens 4 GB haben. Ein Platin-Computer verwenden ja bewusst schwächere Hardware und sind eher auf einen geringen Preis optimiert. Dadurch haben sie oft auch einen geringen Energiebedarf. Deswegen ist es hier insbesondere beim Raspberry Pi immer interessant zu schauen, wie viel Strom verbraucht er. Im Lehrlauf liegt er mit dem offiziellen Netzteil relativ konstant bei 3,5 Watt. Hier ist noch der laufende Kürzer zu berücksichtigen, sowie ein USB-Stick für die Tastatur, die ich am Gerät benutzt habe. Das hat einen minimalen Einfluss, dürfte hier aber vernachlässigbar sein. Unter künstlicher Volllast, also alle vier Kerne auf jeweils 100%, kommt man auf eine Spitzenlast von 8,94 Watt. Insgesamt verbraucht er damit etwas mehr Energie als der Vorgänger, liegt aber trotzdem noch weit unter vielen traditionellen x86 PCs, also den großen Tauern. Bei Mini-PCs ist der Abstand geschrumpft. Hier ist es wiederum dann schwierig, da kommt es auf den Anwendungsfall drauf an. Das kann sich durchaus lohnen, weil die ja auch mehr Leistung und mehr Funktion bieten. Die Kosten sind ein Knackpunkt. Das habe ich in einem eigenen Beitrag, wo es darum geht, was man für den Einstieg benötigt, mal durchgerechnet. Man braucht im Kern für ein Desktop-System ca. 120 Euro mit verschiedenen Komponenten. Da ist dann zum Beispiel das Netzteil dabei, die Speicherkarte, ein Adapter für Monitore, ein Kühler und so weiter. Könnte ich alles im Detail nachlesen. Als Bastelcomputer ist das in Ordnung, wenn man aber dessen Vorteile, wie zum Beispiel die GPIO-Ports, gar nicht benötigt, dann macht man damit wohl nicht unbedingt ein Schnäppchen. Je nach Anwendungsfall kann hier x86 deutlich attraktiver sein, weil das Softwareangebot größer ist, man mehr Leistung bekommt oder aber auch problemlos zum Beispiel Festplatten anschließen kann. Auf technischer Ebene hat der Raspberry Pi 5 einen Schritt nach vorne gemacht und ist gerade für wenig Nutzer, die nur surfen oder ähnliches damit machen wollen, durchaus eine Alternative, die funktioniert. Es bleiben aber noch andere Fallstricke, zum Beispiel, dass nicht unbedingt alle Software für ARM verfügbar ist. Das habe ich damals beim Raspberry Pi 4 schon erwähnt. Durch Debian wurde zwar vieles portiert, dennoch existiert bis heute kein vergleichbares Angebot. Je nachdem, was man braucht, muss das nicht zwingend ein Problem sein, aber es kann eines sein. Zusammen mit dem preislichen Aspekt kann man hinterfragen, ob das wirklich sinnvoll ist, einen Raspberry Pi als Desktop-Ersatz nutzen zu wollen. Von der Leistung her ist der 5er die SIM-C jedoch näher als je zuvor. An der Seite findest du noch weitere Videos rund um den Raspberry Pi und verschiedene Alternativen dazu. Was denkst du zum Raspberry Pi 5 als Desktop? Schreib es gerne auf ulabs.de ins Forum oder in die Kommentare. Tschüss, bis zum nächsten Mal.